Mit der Welt ins Gespräch kommen, leicht gesagt und zugleich voller Herausforderungen. Hier gelingt es. Es beginnt damit, dass die Welt gerne hierher kommt. Die Welt trifft sich in Nürnberg, weil es der perfekte Treffpunkt ist. Wo aus Möglichkeiten Märkte werden, lohnt es sich dabei zu sein. Klar, gute Ideen kennen keine Grenzen. Das Wetter ist in Nürnberg, China, India, Brasilien, Griechen, Italien und die USA. Ich habe die Welt geschehen. Und wie kann man sehen, dass die EFD in den Dokumenten sind. Ich habe die Welt geschehen. Ich habe die Welt geschehen. Ich habe die Welt geschehen. Think Global, Play Local. Starke Konzepte in zukräftige Veranstaltungsformate übersetzt. Von einem Partner, der mich weiterbringt. Hier und überall auf der Welt. UNTERTITELUNG Fragen auf www.un.edu. Tschau.